ich bin so ein Spiel ich habe neu angefangen jetzt ich wollte so ein Video jetzt damit Ebenen das ist echt ein komisches Spiel ich hab Cola an der Hand mit Tabletten weil ich hier waren Tabletten und es ist schon ein sehr krasser Bug hier man kann einfach hier zweite Etage hier hüpfig und bin hier im Bett bin im Bett warum um hat man angefangen bis zu den Hohen da haben wir gehen ich habe mein Polar war schlafen schlafen die Kohle man hat die Kölner Wartel hier Wartel Waren k muss man nur seiner Regeln befolgen hat sich k k ich bin schön k k wahn ich will vorspuren k wieder orange fw eine Stunde später k keine Ahnung ich versteh selber kein Englisch lass mich durch oder ich werf glas k 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 ein speeder man waren die tanzen hier los was geht nun was geht heute morgen ist gut ne gute Arbeit hier ne heute morgen haben wir gute Arbeit gemacht Emojis, ich nehm den heute morgen Lahm, was für Watt, der trinkt doch Folien vom Boden hier nahm wir uns die andere hin ich hab keine Speisekarte bekommen Emily da bist du ja du Schrottlöffel warum ist da ein verdammter was, 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 was wollt ihr mit denen? was wollt ihr mit denen? Nein, was wollt was, wann, was wollt ihr mit denen? Holla hier nee nee oil ein spiegern ein spiegern und ein spiegern auch ein spiegern noch spiegern noch ein spiegern mit schwein 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 und schwein schwein Yes, I count, that is in me, and that's really being killed. Da ist was, da ist der Mutual. Das habe ich schon gesehen. Das habe ich schon gesehen. Was haben wir mit dem Wasser? Nein, was tanzt ihr hier? Was ist denn? Es ist ja, ich habe nicht gedacht, dass der Mutual ist. Und da ist ja, ich habe nicht gesagt, dass der Mutual, dass der Mutual. Das ist ja, ich habe nicht gesagt, dass der Mutual. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, warum? Eine dieser Stories sind so unlogisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020